Ich habe, ich habe dort hinten einer Dame über die Straße geholfen, der sagt die, ich bin eine Fähig, also nicht ich, sondern die, und ich hätte einen Wunsch frei, entweder eine bessere Gesellschaft oder ein Kasten Bier, ich habe natürlich den Kasten Bier genommen, ich glaube ja nicht an Märchen.